Werden im Himmel alle Wünsche erfüllt? Ich denke, sie meint Paradies. Ja, bitte sagt nicht wie die Christen, Himmel, ja. Wir haben das Paradies. Obwohl das Paradies ist wo? Im? Im Himmel. Und das ist eine Angelegenheit, über die die Gelehrten unterschiedliche Ansichten haben. Aber Allah Ta'ala, ala wa'ala, im siebten Himmel, wie manche der Salaf sagten.